Guten Tag und willkommen zur nächsten Folge von Cossacks Back to War. Ja, wir hatten ja letzte Folge, das Finale, das ziemlich lang war. Und heute habe ich mich beschlossen für ein europäisches Kampfspektakel mit einem Mittelmeer mal zu machen. Ich weiß noch nicht, wie es wird, aber wir starten einfach mal. Ich spiele übrigens mit Portugal. Jeder gegen jeden, keine Teams. Wird auch nochmal kommen, aber... So. Ganz schnell alles machen. So. Die machen das. Die machen dann Feldarbeit. Hier, fang mal schnell an. Achtung, ich muss mal niesen. Kurz warten. So, wieder da. Ganz schnell Bauern machen. Weil das ist ja, äh... Da, äh... Alles verbunden. Die können jederzeit irgendwo ankommen. Man braucht keine Schiffe. Sehr spannend. So, Kohle nochmal. Eisen brauche ich noch. Eisen. Gold. Da. Das ist nichts. Komm, ein noch. Das ist nichts. Gucken, wie das so wird, ey. Das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Aber irgendwann ist ja immer das erste Mal, ne? Das ist nichts. Ich bin jetzt da. Das ist nichts. Das ist nichts. Jetzt überrasst mich. Und dann wurde das noch mal, glaube ich. Was hat das so erinnert? Und, was hat es jetzt gesagt? Ich mache mal kurz eine Sprechpause, ich bin gleich wieder da, bis denn, äh... So, ich bin wieder da, äh, war nur ein bisschen laut gerade hier oben, bei mir. So, jetzt müsste das mit der Nahrung auch schon schneller gehen, schneller gehen, schneller gehen. Äh... Hier könnte man Turm hin. Ich mache mal eine andere Strategie. Ich weiß noch nicht, ob die aufgehen wird, aber... Gleich dann mal, äh, das hier erforschen, ja, kriegen wir hin. Dann wissen wir ungefähr, wo unsere Mitspieler so sind. Und... Den müssen wir noch bauen. Holz. Wir haben schon 10.000 Nahrung. Und... 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 Wohnhäuser bauen, bauen wir hinterher nicht so viel. Hier unten ist ein Dorf. Ein Dorf. Äh... Das haben wir denn noch nicht allzu viel. Die bringen zwar gar nichts, die Türme, aber ich baue sie trotzdem. Also... Ich baue ein paar davon. Äh... Woanders ist da... Oh, komm, wir, äh... Dingsda-Boomster bauen. Die halten nichts aus. Das hier... Kommt da hin. Speichern. Ja... Scheiß Galbe, ey. Bauern noch eins. Hammer, 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 hammer. Ich glaube, ich werde das erste Mal Fischerboote bauen. Weil, äh... Oh, Sumpf, Sumpf, Sumpf. Wasser würden wir eh zu nichts brauchen. Wo ist denn das Wasser? Ich hab doch... ...Mittelmeer ausgewählt. Hey. Hey. die Garte gucken das ist der Part schon vorbei ich glaube wer wollte die denn ich mach nochmal schnell das war doch keine 10 Minuten ich hab ja schon früh angefangen da ist es, da ist es so das bauen wir da können wir, ja können wir sehr schön machen wir kurz die Minen hoch der muss da hin ich weiß mal nicht, ob das irgendwas bringt aber 100 Fischer-Bütchens so ja guck mal unten in die Videobeschreibung dort ist Twitter und Facebook verlinkt könnt ihr mal Kommentar da lassen ein Abo wäre auch nicht schlecht und dann sehen wir uns im nächsten Part bis denne tschüss tschüss